alle nun mal herzlich willkommen zurück zu video 2S22 mordverstellungen im edition ja und wir ich bin hier ein bisschen vor produzieren lust drauf habe es ist jetzt für euch ist es jetzt der 27 dezember sein für mich so der 26 aber ist ja scheißegal so wir stehen die acht lang ist es ist was wo dicht ja das war ja montiert und wenn ihr zwei drei bäume dass wir hier so ein bisschen eine action sehen so neun meter so pass so musik nervt das ist richtig cool so also das ist das also das ist der punkt ok kann ich hier nicht auch hier dran machen jetzt wird weg oder was keine ahnung gut dann hätte ich mal an halt eben genau und und so also und so tschüss egal wenn wir schon hier stehen können dass er loslässt doch zack jetzt kommt bitte wieder herbei okay ok das ist cool das ist auch so wie das seil hat das ist auch so cool zack wo zack und da bitte x und schuss richtig geil also ich feiere das echt so ist er da, ja, zack, ich bin hier wieder herbei nur einen Meter und hier genau, perfekt und das ist hier geschnitten ah ah, jetzt gibt es sogar äh 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 j, ja, jetzt habe ich gleich alle Buschern durch zack und bitte jetzt r so halt ne, x ja, genau verheere ich echt? na, ps oi ah das ist ein extra Motor ok äh v aua cool warte mal warte mal mit der Elkoi ein bisschen so, bisschen dichter zack 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 ich habe Lust zum Rechtern na ist gut, Tina ne, doch pass auf fest ich habe gerade das nicht mal fest vom Trailer, aber ne weißt du eigentlich ist so so, was soll ich sagen ja achso das ist ja gut so wir fahren jetzt mal zum Sägewerk weil da kann man sonst was auch irgendwo verkaufen mit wenn das ist jetzt mal gucken, wo So, ja. hier ja 63.000 ja gut ich habe den Container gepostet tut mir leid für den Cut 4.500 kostet der Container ok naja gut ich habe ein bisschen was gemacht ein Umsatz so können wir jetzt noch anstellen schönes ui ui Mist jetzt habe ich vergessen Bilder von zu machen egal ui 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 ja aber sie verblüben auch ja Oh, kein Wunderkoll. Vielen Dank. So, wenn er gerade noch gut war, hat er jetzt kalt gemacht. Weil ich dann hat er halt jetzt, ja, gar nicht kalt gemacht. Ja, meine Freunde, ihr könnt mal Vorschläge in die Kommentare schreiben, was noch alles machen sollen, testen sollen. Wie auch immer. Läuft immer, oder? Keine Ahnung. Und, ja. Im Prinzip, ja. War es das eigentlich? Ich habe euch alles gezeigt, was es gibt. Die sämtlichen Fabriken habe ich gemacht. Gut, wir haben halt jetzt hier nicht die Fabriken gekauft. Stimmt. Also, grob habe ich euch wirklich das gezeigt. Staffel, da Bilderrahmen. Was es jetzt hier Neues gibt. Äh, wir haben hier die Boote gebaut. Und das Boot, der gesagt, gebaut hier. Und hier die wunderschöne Achterwand. Die feiere ich immer noch mega. Und, ja, wir haben siebische Maschinen gezeigt. Radlader. Gut von den Köpfen. Ich habe euch alles gezeugt. Also, hier, oder? Ja, gut. Ich sehe nichts besonderes. Ich kann es mal angucken. Den, gucken wir uns jetzt mal an. Aber trotzdem gerne, wenn ihr noch mehr davon erzählen wollt, das gerne ein Light da. Dann sehe ich das auf jeden Fall. Ich habe Bock da drauf. Ah, da alles geil. Gießt mal ein Baum. Gießt mal ein Baum. Wie gesagt, wenn ihr ein Like da lasst, dann sehe ich das hier noch immer noch Bock drauf hat. Dann kommt da noch mehr. Dann interessiert uns da schon ein. Wie gesagt, was ja, wenn ihr was Spezielles sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann setzen wir das Ganze noch normal durch. Und auf jeden Fall wird dann ein kleiner Trailer noch zu dem UL zu nehmen gekommen. Oder noch zwei Videos, auf jeden Fall. Äh. Genau. Ich weiß nicht genau, wann die... Wann der Trailer kommen wird, aber es dieses Jahr sein wird oder nächstes Jahr. Da muss ich mal gucken, wie ich Zeit ich schaffe. Oder wie ich es halt wegfahre. Noch. Und... Ja, kommt von mir, das muss halt auch eine Zeit haben. Um halt die Reden in Action auch so zu zeigen. Und genau. So. Ja, schon da. Mit von César und den Bagger. Das ist Bodo und den Bagger und der Bagger hat noch. Der Bagger wird von der Fussmaschine sein. Oder mit dem Bagger und der Bagger hat noch. Äh. Oder zwei war bitte, Junge. Lütte, langfristig noch Strategie als Video. Aber ja. Schön. Strategie von mir. Und ja, jetzt habt ihr schon mal einen kleinen Überblick, was ich auch vorhabe. Wie ihr seid, wenn ihr was Spezielles sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann werdet ihr dazu noch eine Folge oder mehr Erfolge gemacht. Und jetzt mal drauf an. Wie ihr Bock drauf habt. Ah. Ach, no. Okay. Schön. Kann ich da jetzt auch andere Bagger mitmischen? Ah, mit Knochen verletzt. Okay. Gut. Ich würde sagen, das war es für dieses Video. Auf jeden Fall kommt noch eine Folge. Wie gesagt, schreibt gerne in den Kommentar, was ihr jetzt sehen wollt. Ja, kommt das auf jeden Fall noch. Und ja. Ich wünsche euch heute einen guten Tag und nachher, gute Nacht. Und ich wünsche euch, was ihr wieder sehen wollt. Ja. Ich wünsche euch weiter auch noch. Genießt ihr die Zeit, bleibt euch schon gesund. Ja. Bis morgen. Ciao. Euer SON TV. Bye.